und es geht weiter mit little hope ich hoffe du bist wieder mit dabei und wieder dabei so auf jeden fall leute abonniert aktiviert die glocke lasst eine bewertung da und gucken in der video beschreibung da ist alles verlinkt schon die folge hat sie was mit mary zu tun so muss es sein ich weiß nur noch nicht wie und warum wir haben kurz gehört wie john und wie heißt er noch mal der andere geredet haben ja man kann untersuchen nur angucken ach so aber ich glaube in loften sind oder bin ich behindert ich glaube ich bin paranoid hier ist eine tür aber da wollen wir jetzt nicht an einfach geheimnis gefunden was ist das hier das ist der prozess den wir auf der wache gesehen haben schauriges déjà vu darum ging es doch in dem prozess leute die mit dem teufel im bund sind stimmt und diese mary die alle vermitteln hier ist diese puppe das habe ich schon mal gesehen wo auf der straße vor dieser abgefuckten bar angela und ich haben es gefunden bevor uns diese mary das erste mal erschreckt hat interessant meinst du sie hat uns her gefühlt damit wir das hier sehen was sich anschauen puppe aber professor es gibt viele viele geschichten über gegenstände die von geistern besessen sind klar in filmen immer mit der ruhe ja vielleicht ist der geist von mary an dieses ding gebunden wir verbrennen es und dieser ganze spuk ist vorbei was wenn die kleine jetzt richtig sauer auf uns wird weil wir spielzeug verbrannt haben scheiße stimmt vertrau mir ich weiß was ich tue das ist echt verbrennt ja klar weder ist es das risiko wert noch bringt es angela wieder zurück nein wir machen das nicht okay ja ja hast wohl recht wenn das spiel schon die ganze zeit irgendwie versucht zu sagen hey nein verbrennt es nicht dann keine ahnung mache ich das jetzt auch nicht mehr ich habe es jetzt zweimal versucht ich antworte die ganze zeit ja aber ich habe jetzt ich habe jetzt zwei zweimal versucht aber das lässt nicht ey ich will nicht besser wärs ja vielleicht hast du recht gott sei dank kann ich dir entscheiden kann ich mit entscheiden aber sollen wir hier verlassen was sagst aber vielleicht war hier so schlau das zu verbrennen bühne warte hier ist was wieder nein weiß nicht sowas ist niemals schlau das ist immer eine provokation man kann hier etwas frühzeitig wenden was war da die schwarze katze ok bin ich raus hier ey ja wohl wo ist das kleine mädchen hin führt uns her und verschwindet dann vielleicht hat sie es so geplant uns zur puppe zu führen hat geklappt ich weiß nicht recht Herr bühne ich glaube wir sollten diese puppe verbrennen ich glaube das ist einer von denen was ihr kraft verleiht und wenn wir das zerstört hätten hätte sie vielleicht kraft verloren ach was für kraft als ob die ihre kräfte versiegelt in pappen wenn es wirklich was mit hexerei zu tun hat dann wäre also wäre das was ich gesagt habe schlau aber wir wissen ja noch nicht viel nein ich gucke keine hexenfilme oh nein jetzt spielen wir die beiden ey du bist doch der typ gell ja hörst du das weiß nicht da kommen die räusche ich glaube ich Leute Hallo ist da wer Angela wir sollten weiter gehen wo zur Hölle sind die nur haben sie sich wohl auch verirrt glaubst du sie suchen nach uns vielleicht nein Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen da wette ich sie ist garstig aber ich sehe wieder nichts ein guter mensch bist du da sicher ja ich kenne sie schon lange länger als länger als ok ey man ok zehn mäuse da ist niemand bleibt bloß weg damit hey es ist immer besser als nichts suchen wir einen weg hinein meinst du einen weg wie vorhin am laden bist du ein freizeiteinbrecher nö aber ich war es in einem früheren leben hä hä was will er damit sagen ich weiß ja aber da sind zwei Türen ey einmal da und einmal hier aber guck mal wenn wir jetzt schlau sind gehen wir wie Idioten in die vorderste Tür ja aber nein genau das machen wir nicht komm hier ist die Hintertür glaub ich oder die ist aber nicht so weit hinten die ist auch von vorne ja ich mein ich mein das ist ja komm geh mal von hier komm wir sind höflich geh mal von vorne rein ja ok willst du rein soll ich rein komm geh du da gehts nicht durch der hat sich auch übel angestrengt hä hä da macht so das war es ja geil bei mir war da einfach gar nichts ich dachte so what the fuck machst du geh rein ja cool ey die Türklink hier ist echt scheiße nice ja warte mal bei mir war da einfach gar nichts nein hey Daniel sieh mal gehts da rein sieh doch mal einfach vom Fenster ist richtig hier war wohl schon lange keiner mehr oh ja ich krieg nen 10er von wegen hab die Wette nie angenommen na gut du kriegst einen so gut locker das krieg ich doch aufgehebelt dann mach doch was war das bringen wir es hinter uns ich hab mich nicht erschrocken ich hab's nicht nein komm schon mir nach guck mal was da steht voll die was für ein Jumpscare die da einbauen eine Puppe oder wie nennt man die Maskottchen oder so gell und mein Kuli auch ich weiß gar nicht aber eine Puppe ja oh mein Gott gleich ohne Ende guck mal die sehen so echt aus ja gruselig was ist ich hab da war grad etwas mein Herz wohin willst du mein Herz geh nicht du Behinderte ey ich spiel die auch noch da war jemand da war jemand ich bin geflogen ich muss rein laufen nein ich will zurück ich will nicht rein ich wollte zurück laufen warum hat es nicht geklappt ich finde Taylor wo bist du gelaufen aha diese Puppe ist echt ein Teil von dir laber doch nicht nein das ist doch nicht die Einigung ok hat sie gesagt bist du es Taylor hä ich seh mich nicht mehr aber jetzt hä ich seh mich nicht mehr aber jetzt Taylor alles ok was ist los komm schon brech bin ich bei dir und was passiert ja ich war wieder in der Vergangenheit ah das ist echt sie selber die sagt ich habe mich gesehen Mich selbst angestarrt. Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber sie war ich. Tut mir leid, was passiert ist. Diese Frau, die so aussah wie ich sie, wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße. Ja, aber ich bin vielleicht gleich weg. Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Okay, ähm, warte, ist was. Ein Messer. Als ob du das jetzt nicht mitnimmst. Doch. Da, ein Messer. Wenn das mal ein Messer war, dann ist es verdammt lange her. Nehmen wir es mit? Da, nimm du es. Ich kann es selber mitnehmen, aber ich gebe es dir. Selbstverteidigung. Was denn sonst? Okay, du fühlst dich sicherer damit. Klar. So, das mit dem Messer war jetzt sehr wichtig. Kurs aktualisiert. Hättest du vielleicht das Messer nehmen sollen? Nein. Nein. Raus, überraus. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? was ist da alter das fand ich konnte es selber nicht lesen vielleicht die leute die kommentar geschrieben haben recht die puppe ist weg war die nicht hier oh mein gott warte sind wir dort wo die da waren ja john und dinger andrew und wir sind genau hier komm schau dir das an die hier gezeigte puppe gehörte vermutlich einem kind aus dem späten 17 jahrhundert gruselig hey warte ich hab's das ist bestimmt die puppe die das mädchen vorhin hatte meinst du recht seltsam seltsam das ist nicht seltsam sondern ein albtraum ich will hier raus und das so schnell wie möglich einverstanden komm schau dir das an was passiert gerade wir haben sich wie seinen arsch genommen gruselig ich weiß warte ich hab's das ist bestimmt die puppe die das mädchen vorhin hatte ja das hast du gerade eben schon gesagt ey mann so unnötig alter warum hast du jetzt aber pausiert meinst du wollen wir noch eine dritte runde reden seltsam das ist nicht seltsam sondern ein albtraum ich will hier raus und das so schnell wie möglich einverstanden nicht nochmal ich töte mich ja gut ich gehe raus ich gehe raus warum hat die so komisch geguckt keine ahne ist da noch rausgegangen aha unser mann nö das ding was immer es ist verfolgt angela immer weiter unerbittlich ich hoffe es geht ihr gut kanki der weiß nicht was passiert jetzt endlich hat jemand eine waffe das könnte nützlich sein ich kann ihnen helfen mit einem kleinen tipp ja oder safe sie sind sich einig nun dann wie sage ich es wir alle haben unsere dämonen sie gehören uns uns ganz allein und sie sind oft aus reue geboren ich gebe ihnen noch ein paar weise worte eines großen irischen dichters mit ich traf ihn in paris glaube ich urteile niemals vorschnell jeder heilige hat eine vergangenheit und jeder sünder hat eine zukunft sie ist nur ein kind wir sehen uns später das ist zu freilich sind wieder auf der straße glück gehabt die anderen können nicht mehr weit sein na hoffentlich bisher hatten wir heute nämlich nur pech bin ich sag mir was du verstanden hast was der kurator gesagt hat gar nichts sie ist nur ein kind jeder hat seine dämonen vergangenheit aber was ich leider noch sagen muss ist meine playstation aber ich pass auf dich auf jetzt schon versprochen da kam die warnung ich bin hier rum ich weiß nicht bei mir war dieses screen von überhitzt ich hab nix gesehen also ich bin vielleicht weg jetzt gleich leute ich weiß wegen dieser temperatur und so die place ist alt die macht das nicht mehr mit aber wir haben echt gerade probleme mit dem aufnehmen heute ist schon viel schlimmeres passiert deswegen kommt es auch zu problemen wegen meiner perspektive dass sie vielleicht nicht zu sehen ist wo kommt das her ich verdarbe die unschuldung hinter uns vor uns vor uns ist irgendwas safe wir müssen drum herum wir müssen drum herum hä hä ich check's grad nicht ich hab's ich hab's komm mal her das kann nicht sein ich kenne dieses muster das ist meine alte schaukel hier siehst du hey hey alles gut alles gut nichts ist gut sieh doch mal diese ja leute das war's mit der folge abonniert aktiviert die glocke lasst eine bewerbung dann guckt unten in der video beschreibung da ist alles verlinkt bei binjamin macht's bisschen probleme mit dem playstation 4 ihr habt es ja schon mitbekommen ähm nehmt es nicht so übel in der nächste folge sehen wir uns haade die die in die 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 Vielen Dank.